Einmal mehr will ein uninformiertes Mitglied von Spider-Mans Kult, sorry, Fan-Club, ihn heilig sprechen. Klingt plem plem, aber man muss den Leuten auch mal Gehör schenken. Also dann mal los. Also, Spider-Man war für die ganze Stadt da, hat große und kleine Verbrechen verhindert, Leuten geholfen, Gutes getan. Falsch, falsch, falsch! Ähm, dürfte ich bitte ausreden? Das reicht jetzt. Rationale Argumente sind an Sie verschwendet, aber vielleicht gibt es ja Hoffnung für den Rest da draußen. Also nochmal, es hilft nichts, wenn jemand ohne Ausbildung, Fachwissen oder öffentliche Identität mitten in einen Tatort oder einen Notfall hüpft und selbst Justiz übt. Was, wenn jemand zu Schaden kommt? Wer zieht ihn zur Rechenschaft? Die Antwort, meine Freunde, ich. Ja, also nochmal, ich hoffe, man kann mich hören. Das wäre super. Aber es ist wieder mein Glück. Meine Capture-Card sollte heute kommen. Und ich wollte das testen, indem ich das Spider-Man DLC, was heute oder gestern rausgekommen ist, ich weiß gar nicht genau, dazu benutze, um das halt so alles mal zu verprüfen. Und das sind halt Spiele mit Kamera, meinem coolen Mikro, etc. pp. Weiter ist es natürlich heute nicht gekommen. Das ist so mein Glück bei Amazon. So von drei Bestellungen kommen zwei nicht dann, wann sie kommen sollen. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, mein billiges Headset einfach mal an die Plastikons anzuschließen. Das Mikro läuft dann, also ist auch das Headset-Mikro. Streame über die Plastikon selber. Ich hoffe, die Qualität geht so ein bisschen klar. Und vielleicht jetzt in DLC zocken, weil ich hab doch selber voll Bock da drauf. Ich muss nur gucken, den müsste man hier irgendwie starten können. Da. Dann schauen wir uns das mal an. Ich hoffe, der ist gut. Ich hoffe, man kann mich hören. Das wäre super. Ja. 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 Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Beginn der Recherchennotizen. Meinen Quellen zufolge plant Imagia ein Comeback. Die alten Verbrecherfamilien waren eigentlich ausgeschaltet, bis Fisk wegging und sie die Lücke füllen wollten. Die alten Dons haben jahrelang harmonisch zusammengearbeitet, doch nun kommt durch das Machtvakuum ein Machtkampf auf uns zu. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Familie auf die anderen losgeht. Ich bleibe lieber an meinen Quellen dran. Hoffentlich finde diese Kriminalität ein Ende, bevor sie von neuem losgeht. So. Schön, oder no? Hey Pete, ich arbeite an einer Story, die dich interessieren könnte. Das Oscorp-Exposé? Was Neues. Es geht um die Magia-Familien. Die Mafia? Ich dachte, die wären weg vom Fenster. Arrivederci. Sie wurden schwächer, aber seit Fisk und die Dämonen weg sind, plant die Cosa Nostra ein Comeback. Ich liebe es, wenn du... Achso, ich passe auf mein Kind auf. Wir haben ein bisschen Husten. Ich hoffe, sie schläft trotzdem ruhig und brav weiter. Du redest. Ruhig, Tiger. Die Fetts führten vor kurzem eine Razzia bei der Magia durch. Ich weiß. Tja, einer der Dons besaß das verschwundene Kunstwerk, die Maria. Und jetzt ist es rück mit Manhattan-Moker. Und? Meiner Quelle zufolge plant eine der Familien, es sich zurückzuholen. Heute Nacht. Da geht es wohl nicht nur um Öl und Leinwand. Ich werde beim Museum vorbeischwingen. Ich muss aber mal, falls man mich hört, wenn es überhaupt der Fall ist, die Steuerung nachgucken. Ich weiß nicht mehr, wie man Tricks macht. Ich bin das voll vergessen. Äh, bla bla bla. Nein, nein, das meine ich nicht. Oh, ich hab voll vergessen, wie man Tricks macht. Oh, das ist wirklich gut. Ich hab's gut, wenn ich vergesse. Ich hab's gut. Deine Quelle hatte anscheinend recht. Ein paar Einbrecher wollen sich Zugang verschaffen. Bleib hier, ich seh mir das genauer an. Sei aber vorsichtig. Wenn die von der Magia sind, meinen die's ernst. Los, Beeilung. Der Boss will das Gemälde. Wir sollten schon längst weg sein. Willst du's versuchen? Bitte sehr. Meine Güte. Manche Leute tun alles, um keinen Eintritt zahlen zu müssen. Jetzt macht meine Kleine aber extra. Hö. da muss ich vergleichbar umgehen Und die Wärter? Der Boss meinte, wir sollen bei Sichtkontakt schießen. Er macht keine halben Sachen, was? Diese blöden neuen Schuhe. Schlaf schön. Die Typen sollten lernen, Kunst zu ihren Öffnungszeiten zu schätzen. Scheint gut besichert zu sein. Jetzt schaffe ich dich, Spider-Man! Ein paar mehr davon und erst... Zeit für eine kleine Demonstration der Hohen Kunst der Verbrecherzähmung. Teufel! Ich mag dich fertig! Wer hat zu viele von uns erwischt? Ich bin gepackt! Schlechter Tag, dich mit uns anzulegen! Ich kenne ein paar der Typen. Da ist Frederico Friselli und Sal Patrillo. Die Kerle gehören zur Familie von Hammerhead, oder? Warum sollte er die Maria wollen? Das klingt nicht nach ihm. Ich werde mich umschauen und prüfen, ob jemand woanders reingekommen ist. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas finde. So, jetzt guck ich jetzt nochmal kurz in meiner Kleinen. Ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Falls man mich hört, ich weiß es nicht. Ich muss später mal in der Aufnahme gucken, ob das alles geklappt hat. Äh, sicherlich. Wunderbar. Aber sie hustet da zwischendurch. Wahrscheinlich muss ich trotzdem immer drauf achten. So, die Umgebungskennung. Ja, was ich weiß. Die Vordertür ist verschlossen. Ich checke lieber die anderen Eingänge. Kannst du mal... Die Typen können nicht mal legal parken. Moment, was ist das? Was ist was? Die Kratzspuren hier? Komm schon. Nope, hier ist keiner reingekommen. Aber hier... Hey, was ist das? MJ, da ist ein Loch in einem Oberlicht. Ich seh mir das an. Ja, die Qualität würde ich eigentlich zu wünschen durchgeschlossen. Wenn die Capture Card kommt und ich das alles für mich eingeschneit habe, wird es besser mit der Playstation. Gott sei Dank. Während Pammerheads Kerle durch die Vordertür wollten, hat sich jemand über das Dach reingeschlichen? Sieht so aus. Keine Spur. Von niemandem. Sollten hier nachts keine Wärter sein? Ja, Popi ist mal bei der Security am Eingang. Da sollte es auch Kameras geben. Die hätten gesehen, wer eingebrochen hat. Ach, der Wachraum ist abgeschlossen. Ich brauche einen Handabdruck, um reinzukommen. Da müsste ich auch rausfinden, was mit den Wärtern passiert ist. Kann ich das Schloss irgendwie überbrücken? Ach, nicht ohne die Hand eines Wärters. Ihre Handabdrücke. Wenn du die Wachen nicht findest, nimm Abdrücke von Sachen, die sie angefasst haben. Oh, ja. Gute Idee. Ich gehe dir gerne zur Hand. Hab einen Handabdruck. Zumindest einen Teil. Ich werde wohl mehr brauchen. Komisch. Als seien die Wachen einfach verschwunden. Okay. Wo finde ich noch ein paar Teilabdrücke? Noch einer. Cool. Ausgebildete Wachen lassen ihre Sachen nicht einfach so zurück. Es sei denn, sie sind nicht freiwillig abgerückt. Hier muss irgendwo ein Abdruck sein. Ups, ein bisschen zu weit. Klick. Okay. Mit den Teilabdrücken müsste ich einen Abdruck rekonstruieren können. Ich kann den Scanner wohl neu konfigurieren, damit er meine Daten erkennt. Ach nein. Schon wieder so ein Scheiß. Umgehe ich den optischen Sensor, kann ich meine Daten hochladen. Ich muss ja nur die Spannung erinnern. Aber ich kann das nicht entfernen. Oh Gott. Lass mal weg. Öffne ich... Ähm... Ähm... ...tein... 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 ...wieso läuft das nicht durch? Äh, falsch rum. Nee, ich hab's falsch rum gemacht. So... Nö, das geht nicht. Dann nehmen wir den. So, 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 äh, zwei. Ah, das ist ja driss. Ja, das müssen wir anders machen. So, dann so, dann so. Ich weiß gar nicht, ob der funktioniert oder ob ich einen anderen muss. Hier muss. Aber es funktioniert. So. Geschafft. Handabdruck wird übertragen. Okay. Wir sind drin. Cool. Was siehst du? Sie leben noch. Anscheinend wurden sie betäubt. Keine Anzeichen für Gewalt. Definitiv nicht Hammerheads Deal. Wenn nicht Hammerhead. Wer dann? Gibt es eine Kamera? Ich seh mal nach. Kamera 5 wurde ausgeschaltet. Ganz schön verdächtig. Ich schalte sie wieder ein und schau nach, was sie vor uns verbergen wollten. Sie zeigt auf eins der Gemälde in der Ausstellung. Das muss die Maria sein. Und noch wurde sie nicht gestohlen. Ich seh mir aus der Nähe an, was daran so besonders ist. Die Maria ist ein ausgezeichnetes Beispiel für den modernen Expressionismus. Die Geschichte der wiederholten Diebstähle ist beinahe so faszinierend wie das Kunstwerk selbst. Sieht für mich nach einem stinknormalen Gemälde aus. Ist es auch. Es gibt hier viel wertvollere Objekte. Warum ist die Magia also ausgerechnet hinter diesem Gemälde her? Warte mal MJ, da kommt jemand. Das war knapp. Augen offen halten. Spider-Man könnte immer noch hier sein. Verdammt, jetzt hängt es hinter Sicherheitsglas. Hey, sagt Frank, dass wir schweres Geschütz brauchen. Ne, das so reinrauschen, der ist ja geschuld. MJ, Hammerheads Typen haben Verstärkung gerufen. Ich wurde noch nicht entdeckt. Gut, sieh zu, dass es so bleibt. Ist da jemand? Das gefällt mir nicht. Die Kops sind gleich hier. Wir haben einen Job zu erledigen, bevor sie aufkosten. Na, also los. Ist das für uns was wert? Nachdem wir die Maria haben, davor nicht. Keine Ahnung. Was war das? Die Kops werden gleich hier sein. Scheiß drauf. Schnappt euch alles was geht und dann raus. Ha. Toll. Jetzt blündern sie die anderen Kunstwerke. Ich muss sie aufhalten bevor sie entkommen. Lasst euch nicht erwischen. Es gibt nur einen Weg nach draußen. Der auf dem sie reingekommen wird. Da ist der Ausgatt. Ich versuch nächstes Mal den Souvenirladen. Sobald ich daheim bin, bald nicht das Unleid. Es macht es Spaß, kleiner Mann. Zerquench dieses Insekt. Lenk ihn ab, ich bin gleich beim Ausgang. Sie dürfen nicht entkommen. Handschuhe aus! Komm! Zu viele Männer wurden erwischt! Leg ihn ab! Ich bin gleich mal aufgang! Er ankommt mir! Gehen wir erst weg? Netter Versuch, Spider-Man! Aber du kannst mich nicht aufhalten! Wie asozial! Nochmal! Mist! Es gibt nur einen Weg nach draußen, der auf den sie reingekommen sind! Sobald ich daheim bin, verhögere ich das online! Was? Aua! Gleich da! Ich muss zum Ausgang und sie aufhalten! Ich versuch nächstes Mal den Souvenirladen! Tötet ihn! Lasst euch nicht erwischen! Ihr habt es ungewollt! Das hätte ich filmen sollen! Da ist der Ausgang! Muss nur noch raus! Sie wollen die Kunstwerke stehen! Willst du weh tun? Das ist richtig! Sieht doch teuer aus! Halt! 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 Sie dürfen nicht entkommen! Oh nein! Ich kann's machen! Nein! Oh verdammt fickt dich ey! das ist voll die Scheiße was ein Dreck es gibt nur einen Weg nach draußen der auf den sie reingekommen sind versuch nächstes mal den Souvenirladen ich ich nehme das mit ich nehme das mit ich nehme das mit das 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 wenn ich dir zum Trost ein Poster von diesem Kunstwerk für eine Gefängniszelle schicke das das ist nicht Kopf hoch vielleicht gibt es ja Kunstunterricht im Gefängnis z dass das das ja wir haben Kunstgeschmack. Schlechte Lebensführung. Ich werde dich zermahlen. Und bleiben. Zu langsam. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Pete, bist du da? Alles okay? Ja, ich glaube, ich habe sie alle. Aber viele Kunstwerke müssen zurück an ihren Platz. Was ist mit der Maria? Vielleicht war das ein Ablenkungsmanöver. Genau das dachte ich auch. Ich schaue nach. Hoffentlich war die Scheibe dick genug. Die Sicherheitswand ist intakt. Und kugelsicher. Ja, so schnell kann sich niemand der Maria nähern. Dann ist der Auftrag ausgeführt? Das hoffe ich. Ja, ich rufe dich gleich nochmal zurück, okay? Warum? Was ist los? Siehst gut aus. Hanteltraining? Nein. Naja, obwohl ein bisschen. Also, du schwingst jetzt Solo? Oder wieder mit deiner Ex? Ganz schön viele Fragen. Bin nur neugierig. Ja, soll nicht gut für Katzen sein. Warum erzählst du mir nicht, warum du hier bist? Ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet. Dreh dich mal um. Oh nein. Und so viele. Achtung! Raketen? Wer schleppt Raketen in ein Museum? Weißt du nicht, wer Hammerhead ist? Das war noch längst nicht alles. Du bist ein Pordermann! Jetzt reicht's aber, ey. Ich bin so eingerostet. Ah, okay. Noch mal. Junge, Junge. Mit was hat er uns angezupft? Ich mach dich, ich mach dich kleiner Mann. Halt Schuhe aus! Nicht den Boden berühren! Ach komm schon, was ist das für TISO-System? Das ist nicht eine Liga-Penna! Das ist 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 eine Liga-Penna! Das sollte ich mir ansehen. Spinnenkrise! Ich muss durch! Warte, ich krieg einen Affen. Ähm... Movesliste. Loftricks. Was? War das immer schon so? Okay. Maxi! Wie Sie vermutlich gehört haben, Arzt. Wo er wieder anfängt zu labern. Ei, ei, ei. Noch eine Autobombe. Welche Familie war es diesmal? Wieder Hammerhead? Vermutlich. Könnten noch mehr da sein. Ruf lieber das Bombenkommando. Bomben unter Sachen? Zeit für eine kleine Lösung. Ja. Toll. Spider-Bot aktiv. Jetzt sollte er die anderen Bomben finden. Okay. Ein paar sind noch übrig. Der Spider-Bot sieht die Bombenzünder als hellblinkende Lichter. Ja, aber... Ach, der ist hier drin, wa? Die ist deaktiviert. Ich muss die anderen finden. Ich hab' gesagt, es geht jetzt nur unter Autos. Deswegen. Entschärft. Noch eine. Aber die hätte sich schneller selber entschärft, ey. Hä? Ja. Das waren alle. Okay. Hammerhead hat eine Mission. Liebe die Augen nach weiteren in der Stadt offen halten. Hey! Huh? Hm? Hallo? Spider-Man. Hier ist Detective Mecky. Ich habe deine Nummer von einem Freund bei der Polizei. Ich wette, ich kenne Ihren Freund. Wie kann ich Ihnen helfen Detective? Vielleicht sollten wir persönlich darüber reden. Kannst du bei Gelegenheit im Revier in Greenwich vorbeikommen? Ich höre, du triffst dich gerne auf Dächern. Sicher doch. Bis gleich. Damit werde ich erstmal beschäftigt sein, während ich auf MJ warte. Der Museumsraub war verrückt. Eine Zusammenarbeit mit Hammerhead klingt nicht nach Blackhead. Ich hoffe, MJ kann mehr über den Speicherstick erfahren. Achtung, oberste Priorität. Magia verdächtigt, Bombe zu legen. Brauchen sofort Einheiten beim Union Square. Sieht nach Sprengstoff aus. Ich sollte mich beim Bombenkommando melden. Die Kerne jagen das Gebäude hoch, wenn unser Informant herauskommt. Wir kommen die Bomben aber auch nicht entschärfen. Keine Sorge, Officer. Zeigen Sie mir einfach die Richtung. Das Hauptgerät wurde identifiziert. Sobald du das deaktivierst, erhältst du den Schlüssel. Damit kannst du die anderen Geräte finden und deaktivieren. Klar, das ist nicht ein Problem. Ich sage Bescheid, wenn das Gebäude gesichert ist. Ja, ja. Ja, ja. Die Auslöser sind in Serie geschaltet. Ach, wie ätzend. Äh, was haben wir denn aktuell? Die Spannung 0, Zielspannung bis 2, äh, 4 bei 5. Machen wir erstmal minus 1. Ich weiß noch nicht. Oh Gott, wie nervig. Äh. Äh, ich wusch aber noch so einen. Oh Gott, wie nervig ist. Wir sind scharf geschaltet. Ich muss schnell zu Ihnen. Auch schon. Spiderspaß, die los. Oh ja, lass dir Zeit. Gut gemacht, Spider-Man. Der Zeuge ist in Sicherheit. Schön zu hören. Lasst mich wissen, wenn es nochmal Ärger gibt. Taxi! Taxi! Spider-Man, hier drüben! Detektiv Mackie, nehme ich an. Vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte mit dir über Black Cat reden. Ich verweigere die Aussage. Nicht die neue Katze. Die alte. Vor 20 Jahren. Ich habe an dem Fall gearbeitet. Black Cat ist deine Nachahmerin? Hm. Was ist mit dem Original passiert? Er starb im Gefängnis. Aber wir haben nie alle gestohlenen Gemälde gefunden. Ich habe eine neue Spur, aber die Polizei will keine Ressourcen an einen alten Fall verschwenden. Ressourcen verschwenden ist meine Spezialität. Super. Begib dich dorthin. Ich erzähle dir alles unterwegs. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich gehe bald in den Ruhestand und dies ist mein größter ungelöster Fall. Also wollte ich ein letztes Mal durch die Akten gehen. Die alte Katze stahl am liebsten Kunstwerke. Doch kurz bevor er geschnappt wurde, überfiel er eine Rauchmelderfabrik. Rauchmelder? Das klingt seltsam. Eigentlich nicht. Er stahl das drin enthaltene Amerizium 241. Wir dachten, jemand wollte ihm die Radioisotope abkaufen. Aber ich habe mir neulich einen Film angesehen und dabei kam mir eine Idee. Was, wenn er die Gemälde mit den Isotopen markiert hat, damit er sie leichter findet, wenn er wieder draußen ist? Welchen Film haben Sie gesehen? Halt, halt, sagen Sie es mir nicht. Spoiler. Also dachte ich, wenn wir dem Isotop folgen, könnten wir die gestohlenen Gemälde finden. Mein Anzug enthält einen Sintillationszähler, mit dem es funktionieren sollte. Ich melde mich, wenn ich was finde. Danke, Spider-Man. Wenn der Fall gelöst ist, kann ich zur Friese in den Ruhestand gehen. Ja. Egal. Neue Mission ist neue Mission. Ich glaube, eins der gestohlenen Gemälde ist ganz in der Nähe. Das Signal kommt aus diesem Anschlusskasten. Aber ich erfasse keine Elektrizität. Vielleicht ist der nicht echt? Ob er wohl innen kohl ist? Hm. Eine Zeichenrolle. Detective, ich habe ein Gemälde gefunden. Es war in einem falschen Anschlusskasten versteckt. Ja, ich wusste es. Das ist dort. Ich schicke jemanden, der es abholt. In der Zwischenzeit schicke ich dir einige andere Adressen, die Hardy regelmäßig besuchte. Klingt gut. Moment. Sagten Sie Hardy? Hm. Ja. Der Name der ersten Katze war Walter Hardy. Ich schaue in seine Akten und kann dir dann mehr erzählen. Ja. Okay. Äh, Hennen seine. Walter Hardy, die erste Black Hat. Felicia Hardy, die Black Hat, die ich kenne. Scheint ein Familienunternehmen zu sein. Peter, der Polizeiscanner meldet gerade eine Schießerei zwischen Hudson und Northmore. Unterliegt das Gebiet nicht der Magia? Ja, was auch immer Black Hat gestohlen hat, hat womöglich gerade ein Bannenkrieg ausgelöst. Ich werde mir das jetzt genauer ansehen. Gibt es schon was Neues zu dem Museumsraub? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stick im Maria-Gemälde war. Aber angeblich... Ah! Noch ein Kunstwerk. Der Typ war ganz schön fleißig. Detective, ich habe noch ein gestohlenes... Äh, Aufgabe? Wo war das denn? Gemälde gefunden. Aber warte kurz. Gute Arbeit. Wir können eine Menge Akten schließen, wenn wir damit durch sind. Wie ist Hardy überhaupt gestorben? Hat versucht, aus Rikers auszubrechen. Ist beim Schwimmen ertrunken. Aber jetzt können wir seine Beute zurückgeben. Und vielleicht erwischst du auch so die neue Black Cat. Stimmt. Was ich natürlich will. Ich muss los. Bis dann. Okay, bin wieder da. Aufgabe ist dahinten, irgendwo hinten vor... Nee, da unten. Ah, ich muss mich wieder erwarten, ey. Wovon hatten wir gesprochen? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stick im Maria-Gemälde war. Aber angeblich hat Hammerhead ihn jetzt und die Magia-Familien rasten aus. Muss wohl ziemlich wertvoll sein, wenn eine berüchtigte Kunstdiebin dafür die Kunstwerke ignoriert. Warum arbeitet sie wohl für Hammerhead? Normal macht sie alles alleine. Wer weiß. Ich habe schon längst aufgegeben, Felicia zu durchschauen. Felicia, ja? Ihr nennt euch beim Vornamen. Also, ich meine, ich denke, vielleicht... Wir halten uns auf dem Laufenden, okay? So, jetzt müsste ich eigentlich hier... Nein, immer noch nicht. Warum nicht? Schau, wer ist es bis zu rum? Okay, Gott, bitte! Schwingen, was nicht geht. Jetzt. So, wenn ich das Gemälde irgendwie wieder... Nein, warum nicht? Weil hier gibt es doch... Hier gibt es keins... Aber hier gibt es doch zwei, warum werden die mich nicht angezeigt? Das ist doch driss. Ich dachte, ich glaube, ein Wegenparmeldung... An alle Einheiten. Hinweis auf möglichen Falschgeldplan. Bitte nach Maddalen. Das ist schon besser, was. Ihr junge Leute, erinnert euch wahrscheinlich nicht daran, aber es gab früher schon eine Black Cat. Einen Verbrecher der alten Schule. Und natürlich musste die Neuauflage, wie alles heutzutage, eine Frau sein. Der Bäum ist nix. Der Bäum ist nix. Er geht noch nen Sack. Wir haben noch mehr davon! Au, ihr warst so schnell. So. Hoffe, das schlägt ein Loch in Hammerheads Profit. Ich habe euch ein Taxi gerufen, Jungs. Eins mit blinkenden roten und blauen Lichtern. Meldungen über explodierte Autobombe. Brauchen Verstärkung im Meatpacking-District. Over. Hier endet die Spur. Noch ein Kunstwerk. Der Typ war ganz schön fleißig. Es ist wieder kein mehr auf der Karte. Ich kriege ihn ab. Hey, Detective. Ich habe noch ein Gemälde, das Sie abholen können. Danke, Spider-Man. Ich schicke sofort jemanden vorbei. Ich bin neugierig. Hatte Hardy Familie? Ja. Eine Tochter, Felicia. Lass Sie nichts sagen. Ich weiß, was du denkst. Sie könnte die neue Katze sein. Aber ich habe sie überprüft. Nichts Verdächtiges. Sie wurde einfach noch nicht ertappt. Die Polizei hat letztes Mal Anzug und Ausrüstung gefunden, aber sie selbst ist ihnen entwischt. Ah, ich weiß nicht. Pass nicht ins Bild. Als ich Hardy verhörte, klang es, als würde er seine Tochter wirklich lieben. Als wollte er sie da nicht reinziehen. Tatsächlich? Gut zu wissen. Ich halte Ausschau nach weiteren Gemälden. Klingt so, als wollte Daddy nicht, dass Töchterchen in seine Pfotenspuren tritt. Entschärft. Ich muss die anderen finden. Wie weit ist das denn weg? Die Infrarot-Zünder der Bomben werden als hellblinkende Lichter angezeigt. Ich weiß ja, aber die Bombe ist halt noch scheißwert weg. Wir sind aber in zwei. Ist ein Bombenzünder in der Nähe, hört der Spider-Bot seine Frequenz. Okay, ein paar sind noch übrig. Entschärft. Noch eine. Gerade rechtzeitig. Echt knapp. Hammerhead macht ernst. Das sind schon ein bisschen schon vorbeigeflogen. Aber das hier können wir auf jeden Fall mitnehmen. Da sind wir auch fast da. 10-11-10. All die Meldungen über bewaffnete Männer, die einen Laden bedrohen. Okay. Offenster im Tenderloin benötigt. Bitte bestätigen. Das muss der Ort sein. Oh, nicht so schnell. Spinne. Noch mehr Diebesgut. Hey! Oh, komm zurück, Vögelchen! Mist, ich muss sie kriegen! Hey, langsam! Hab dich! Detective, ich habe noch ein gestohlenes Kunstwerk gefunden. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Gut gemacht. Du bist der neuen Black Cat schon begegnet, richtig? Warum? Arbeiten Sie auch an dem Fall? Nein, nur neugierig. Wie ist sie so? Kompliziert. Frustrierend. Sie ist manipulativ. Aber sie hat auch ein gutes Herz. Sie beraubt nur Leute, die es sich leisten können. Oder die es verdienen. Und sie ist dir entwischt, hä? Mehr als einmal. Ich kann nur sagen, dass ich noch nie jemandem wie ihr begegnet bin. Ich kenne das Gefühl. Wir hören uns später. Du wieder. Du wieder. Sie geht zuerst. Sie sind echt zimperlich. Ich muss das beenden, bevor jemand getötet wird. Sie sind echt zimperlich. Alle entschärft. Ein Lieferwagen. Hoffentlich sind das meine bestellten Hausschuhe. Ja. Auf jeden Fall. Oh Gott. Die Hausschuhe sahen online anders aus. Ich weigere mich, das Paket anzunehmen. Hey, die ganze Bande ist da. Ich weigere mich. Das war's. Was soll ich mit dem, was ich da? Was soll ich mit dem? Er ist ein Teil der Abgebewegung. Ich rieche mich an. Das ist ein Teil der Abgebewegung. Was ist das? das Ausweichen ich lebe noch noch habe ich alle erwischt okay, 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 ich gebe auf lässt du mich gehen, wenn ich dir alles erzähle nicht, wenn du es nicht tust die weißhaarige Tussi meinte, wir sollen hier unten etwas leer machen Köder für Deppen und ich bin der Depp wo hast du sie getroffen? in der Bodega, auf der Waverly MJ, die Schießerei war eine Ablenkung Black Cat wollte damit die Polizei weg von der Waverly Street locken eine der anderen Magia-Familien hat ein Versteck an der Waverly die Cicero's, glaube ich vielleicht erwische ich sie noch Felicia lässt sich Zeit sie geht immer systematisch vor ist das so? äh, ich melde mich wieder da ist die Bodega okay, Felicia, wo bist du? ihre Überwachungsausrüstung was hast du dir angeschaut, Felicia? zoomen hab dich oh hallo Spinne Felicia, die Magia ist kein Scherz du solltest nicht so mit ihnen spielen aber ich spiele so gerne Spiderman er gehört zur Katze schnappt ihn wer die Cicero's bespielt, kommt nicht lebend davon Hammerhead hat Spiderman angeheuert ihr Typen zieht ja gerne schnelle Schlüsse aua ey Spinne, arbeite für die Cicero's aua, direkt ich arbeite weder für Hammerhead noch für eine andere Familie ich bin nur, sobald ihr seid am falschen Ort so, damit... so, damit... so, dann stufen uh ah uh hm 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 ah ja hm 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 Sie ist so weit, ne? Aua, boah, hau die rein! Au! Boah! Ei, 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 alter! Diese Typen gehen mir richtig auf den Sack! Ah, das Ganze nochmal! Auf empfehlen! Achtung! Das hätte ich filmen sollen! Die Schlecht! Die Schlecht! Die Schlecht! Die Schlecht! Das hat Spaß gemacht. Wo ist Felicia hin? Ich beobachte dich gerne. Erinnert mich an alte Zeiten. Was ist auf dem Stick? Ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher. Warum stielst du ihn dann? Wenn ich's nicht mache, töten sie meinen Sohn. Warte! Dein Sohn? Verdammt! Felicia hat einen Sohn? Kann nicht sein. Also könnte schon sein und ich könnte... Oh nein, darüber denke ich lieber gar nicht das nach. MJ, ich habe die Katze gefunden, aber sie ist entwischt. Wirklich? Wie systematisch von ihr? Sie hat noch einen Speicherstick geklaut. Hm. Jede Familie hat also einen Stick. Was wohl drauf ist? Hast du noch was rausgefunden? Ähm, naja, nicht viel. Okay. Klingt als würde sie Hammerhead im Machtkampf gegen die anderen Familien helfen. Das könnte für uns alle böse enden. Die Stadt braucht definitiv keinen Bandenkrieg. Ich lass es dich wissen, wenn ich etwas über die Sticks erfahre. Wo war denn... Ähm... Ähm, war das die hier? Nein. Nein, 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 nein. Ist das die hier gewesen? Ja. Wollen wir mal nehmen. Was geht's, buddy? Ich bin dein größter Fan. Moment mal. Screwball? Oh, sag mir nicht, du bist wieder raus. Aber sowas von. Und ich habe einige meiner Fans mitgebracht. Oh nein. Sind sie nicht unfassbar süß? Sie helfen mir bei meiner neuen Show. Nein! Und du musst unbedingt vorbeischauen. Bis dahin! Oh nein. Diese Typen hat man wohl nicht wegen guter Führung entlassen. Ich sollte mir das da drüben genauer ansehen. Ach Gott. Bah. Das muss eh nach der... Das Bild trägt mit. Hm. Anscheinend ist eins der gestohlenen Gemälde hier irgendwo. Wenn sie meine Karriere verfolgt haben, und das haben sie natürlich, wissen sie, dass die Matcha Thema meiner ersten großen Artikel war. Die Medien haben sie mir als einmal für tot erklärt, aber ähnlich wie Kaka... Gute Arbeit. Du brauchst deine Polizeimarke. Ich schicke jemanden zum Abholen vorbei. Tja, sie nimmt sich offensichtlich Hardy zum Vorbild. Ihr Stil, ihre Technik... Und selbst ihr Wurfhaken sieht aus wie eine modernere Version von seinem. Genauer gesagt, verbessert sie es. Sie hat Hardys Arbeit auf eine ganz neue Stufe gehoben. Wenn man den Job lange genug macht, erkennt man einfach ein wahres Talent. Klingt irgendwie so, als wärst du auch beeindruckt. Das hat beide Männer keinen Ton gesagt. Nicht einen. Das sagt er dir wieder nicht an. Ach Gott. Guckt, jetzt wer da sind. Oh nein. Aber hier ist auch nur eins, hier sind es drei. Ja komm, es geht schnell. So viele Kunstwerke sind hier nicht. Ich hab vergessen, wie viel Spaß das Schwingen macht. Zeit, Screwballs Fans, wieder hinter Schloss und Riegel zu bringen. Oh, und das sind so viele. Oh, und das sind so viele. Warte. Ähm. Und das befreit sich wieder. Die Nerven. Ja. 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 Ah, mehr habe ich nicht. Schade. Ah, da ist noch einer. Eins ist wie immer. Screwball lässt andere die Drecksarbeit erledigen. Was hatten sie überhaupt vor? Spider-Man! War das nicht spannend? Der perfekte Start für meine brandneue Show mit dir! Tut mir leid! Keine Zeit! Du findest sicher welche dafür! Denn sonst werden meine Fans wütend und Leute sterben! Ich liebe Reality Shows einfach! Du nicht? Manche Leute tun einfach alles für Klicks! Ich werde alles Livestream! Also versauf nicht! Ist die nervig! Aber hier ist es keine mehr, oder? Wo ist denn... Äh... Hier? So? Spidey! Weißt du, was ein EMP-Generator ist? Also für Dummies! Wenn du sie nicht aktivierst, legen sie in der Stadt den Strom lang! Oh! Und wenn du sie in der falschen Reihenfolge deaktivierst... Beeil dich besser! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Bestimmt benutzt sie einen binären Signalwiederholer! Den kann ich nutzen, um den richtigen Weg zu sehen! Okay... Keine Ahnung, wie ich die kaputt mache! Ich muss meine Netze benutzen! Ich schicke einige Fotobombenziele raus! Also halt die Augen offen! Kriege ich ein Foto zur richtigen Zeit? Bonus! Äh... Nutze Fotobombenziele... Was? Keine Ahnung, was wir gemacht haben... Ihr habt es schon gewollt! Ich habe den Knopf gedrückt! Einfach wunderbar! Ich will... Ich... Keine Ahnung, was wir die Fotos machen sollten... Das wäre zu... Baller, 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 Baller! Und? Der wäre deaktiviert! Ich muss den nächsten finden! An die Zuschauer! Wenn euch gefällt, was ihr seht, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren! Gut, dass wir nichts treffen! Oh! 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 Ich verstehe die Fotobombe nicht! Diese Fotobombe ist mir scheißegal! Sonst... Ja... Nehmen wir das Punkt ja jetzt zu nehmen... Blah! Okay... Jetzt habe ich es kapiert! Das ist gut! Okay, Zeit mir! Das ist gut! Okay, Zeit mir! Schau mal, eine Foto-Bombe! Begebt dich lieber dorthin! Wie viele sind denn das, Alter? Oh, zu langsam, Spider-Man! Du bist wohl nicht der Held, für den wir dich gehalten haben. Noch mal. Jetzt hab ich sich die Foto-Bombe kapiert, jetzt bin ich ein bisschen schneller, weiß wo die Dinger sind. Wird schon. Äh, es wird schon. Ich hab das eben überhaupt nicht kapiert, was sie wollte, ja okay. Ja. Ich muss meine Netze benutzen. Hey, yo! Halte die Augen nach Foto-Bombe offen! Komm schon! Diese kack Foto-Bombe! Scheiße, die Foto-Bombe, ey scheiße! Die Alte gibt im Suppensack! R-O-M-L! Du hast nichts erfehlt! Die EMP ist aus! Ich darf nicht von Wicker kommen! Schau mal! Eine Foto-Bombe! Begebt dich lieber dorthin! Daumen hoch! MK3247 sagt, Ich hab noch nie gesehen, dass Spygie sich so schnell bewegt! Finde ich auch! Unglaublich, was man schafft, wenn man weiß, aufs Leuchten zu schauen! Die in der Schule! Ich bin immer wundlich miesig! Und ist das nicht auf der Scheiß? Hashtag nicht im Arsch. Mal, 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 das ist so. Hey Peter, ich glaube, ich kenne Black Cats nächstes Ziel. Echt? Wie? Laut Polizeileitstelle gab es einen Einbruch, der ihrer Vorgehensweise entspricht. Ich schicke dir den Standort. Wenn du sie findest, lass dich nicht wieder austricksen. Ja, ich werde aufpassen. Sie ist... Ich weiß nicht. Sie zieht das Pech geradezu an. Egal, wo sie ist. Black Cat bringt Unglück. Das ist ein wenig übertrieben, Pete. Hier habe ich, glaube ich, alle Bilder. Dann kann hier auch keins mehr sein. Das ist so eine Kack-Challenge. Das ist eine Kampf-Herausforderung. Boah. Mehr Story, weniger Kack-Herausforderung. Alle Einheiten, ein Hauptzeuge der Magia wurde entführt. Ja? Wo wäre es? Keine Ahnung wo das heißt? Hier nicht. Wo, 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 wo? No. 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 No, no. Oh, Felicia, was hast du diesmal getan? Cops haben die ganze Straße abgeriegelt. Wenn ich die Fährte der Katze aufspüren kann, erwische ich sie vielleicht noch. Der Wachmann scheint verletzt worden zu sein. Vielleicht weiß der Sanitäter, was passiert ist. Was ist passiert? Was ist passiert? Spider-Man, äh, jemand soll ein seltenes Buch gestohlen haben. Wie geht es dem Wachmann? Eine schwere Photokeratitis. Das ist eine Verbrennung der Hornhaut. Aber, er wird wieder. Ich muss in der Gasse nachsehen. Wenn Felicia das war, muss ich sie finden. Magnesium Fackel. Die hat wahrscheinlich die Augen des Wachmanns verletzt. Mithilfe der Rückstände sollte ich sie aufspüren können. Na klar, natürlich. Oh Gott. Ähm, so. Ähm, sie sind alle dick. Ähm, so. 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 Dann so. So. Oh, so, ne? Erledigt. Da ist die Spur. Mal sehen, wo sie hinführt. Ich kann mich schlecht konzentrieren. Ich kann kein Vater sein. Also, im Prinzip schon, aber... Ich sag's, MJ, sie wird wissen, was zu tun. Sieht nach einem Mitglied der Mautio-Familie aus. Spider-Man hat Vito-Karo geschlagen. Schaltet ihn aus. Und da kommen wohl seine Brüder. Ihr habt schon mal dran gedacht, dass Vito wegen so einem Benehmen vermöbelt wurde? Ich habe es den Cicero's schon gesagt. Ich arbeite nicht für Hammerhead. Und ich bin ein bisschen beleidigt, dass ihr das überhaupt denkt. Die Macho-Familie wird darauf nicht reinfallen. Sag Hammerhead, legt er sich mit der Mautio-Familie an, dann legt er... Ich geh' zurück zu meiner Spur. Das sieht nach Hammerheads Leuten aus. MJ, ich schick dir mal ein Kennzeichen, dass du checken musst. Verstanden. Ich lass dich wissen, was ich finde. Hast du's? Ja. Was zum Teufel? Wo ist der Cic, verdammt? Sie sagte, sie will ihn Hammerhead persönlich übergeben. Sagte ich nicht, du sollst den Cic besorgen. Ja, aber sie brachte ihm die anderen, also dachte ich... Ich hab' dir was aufgetragen. Und du hast es nicht gemacht! Tja, du weißt, was jetzt passiert. Halt! 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 Hey, jetzt tu nicht sogar was. Du sagtest, du weißt, was jetzt passiert. Ich mach dich fertig. Ich werde es beenden. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was der Boss dir antun wird. Ich werde es verantworten. Alter, wollt ihr mich verarschen? Naja, das gibt's nicht. So. Weiß, das gibt's nicht. Nein! Ah, ich hab's nicht mehr drauf, ey, das ist unglaublich. Also, wenn ich so das Hauptspiegel losgespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich fünf Wochen gebraucht, ey, meine Fresse. Hau mal, noch mal. Der ist verletzt! Hau aber auch einen Schaden rein, ey. Der ist in der Luft. Ich mach dich fertig. Ich schnauze dich in den Gorken! Noch ein paar! Und das ist vorbei! Neue, bist du dran? Ah, schrecklich. Fähnlicher! Das wird mega! So. Boah. Alter ey. Ach, klasse. Hier, Jungs. Vermutlich überfällig. Over here! MJ, Black Red hat einen weiteren Speicherstick. Fehlt nur noch einer, dann hat Hammerhead die Sticks aller anderen Magia-Familien. Wir müssen rausfinden, was da drauf gespeichert ist. Und es gibt da noch etwas. Da ist eine Sache. Wahrscheinlich keine große Sache, aber vielleicht ja doch. Eine kleine, vielleicht große Sache. Hör auf um den heißen Brei zu reden und komm zum Punkt. Okay. Felicia arbeitet für Hammerhead, weil er ihren Sohn entführt hat. Ich wusste gar nicht, dass sie einen hat. Klingt aber definitiv nach etwas, das Hammerhead tun würde. Da gibt es noch etwas. Du weißt, dass wir früher mal zusammen waren. Na und? Oh. Oho, ist das dein Ernst? Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber es kann schon sein. Ich muss jetzt auflegen. Also gut, sie ruft zurück, wenn sie sich beruhigt hat. Oder? Soll ich jetzt Grundwerke? Nein. Aber wir haben diese Kampferausforderungen. Doch, da. Okay, aber wir werden die Richtung. Ich werde ein wenig auf Patrouille gehen, um meinen Kopf freizubekommen. Aber was ist so Fähigkeiten? Oha. Eher nicht. Ich würde es jetzt eigentlich ganz gut werden, um den Spiderman-Stream für das erst zu beenden. Und das ist eigentlich ganz cool, ja, um den Spiderman-Stream zu beenden. morgen wenn der Capture Card kommt und ich alles eingestellt habe, wo wir das dann testen können dann ist auch hier die Qualität besser, weil ich sehe, die Uploadrate, die schwankt, da war ja mega keine Ahnung, gefällt mir alles nicht wir könnten da speichern und dann können wir das morgen dann weitermachen das heißt nicht, dass... Malz hier, ich hab mich gefragt, warte, hast du es gerade nicht? Nein, alles okay, was geht? Oh, echt? Also... Warte, hast du gerade Spinnensachen? Ein bisschen, ja Echt? Was denn? Also was genau? Du meinst, was ich im Augenblick mache, jetzt gerade? Ja, es sei denn, du findest das irgendwie gruselig oder seltsam oder so, ja Wahrscheinlich ist es das, ich kling bestimmt wie ein Stalker oder so Malz, alles gut, worüber wolltest du denn reden? Nichts, nichts, tut mir leid, es kann warten, ich ruf später nochmal an Hauptsache sinnloses Telefonat ist denn los Hier wird jetzt gespeichert, ich werde wahrscheinlich nicht hier genau wieder sein Aber ungefähr Ich speichere mich hier so Das hat sonst keinen Zweck, das ist einfach alles Katastrophen mit der Qualität Alle Einheiten, Belästigung eines Zivilismus durch die Magia gemeldet Officer im Modeviertel benötigt Ich kann es aber nicht lassen Scharfe Anzüge, fürs Gefängnis schick gemacht Ich schaffe den Glauben alleine Spider-Man hat es noch falsch Wow, Hammerheads Leute haben ein unschlagbares Selbstbewusstsein So, ich speichere euch nochmal So Also, worauf ich hinaus wollte, lassen wir das Spider-Man streamen jetzt mal sein Ich hoffe, der DLC wird noch so ungefähr dasselbe an Zeit, wie ich es jetzt gemacht habe, nochmal haben Weil ich habe jetzt eineinhalb Stunden, ich habe immer so drei Stunden damit verbringen können Also nochmal eineinhalb Stunden, die ich dann für morgen aufheben möchte Ich hoffe, dass die Ketchup hat morgen kommt, man weiß es nicht Kann auch sein, dass sie irgendwann mal kommt, Amazon entschuldigt sich, kann dauern Hat keiner gehört? Nein Hat keiner gehört Ansonsten habe ich generell morgen vor, viel zu streamen Morgen wird viel gestreamt Ich habe morgen viel Zeit und wollte verschiedene Sachen streamen Also morgen wird es geil Freut euch drauf Und man sieht sich dann die Tage Macht's gut Ciao, ciao